Wir kümmern uns um alles. Der L&A Gebäudeservice in Köln und Hürth. Als Dienstleister übernehmen wir für Sie alle Aufgaben von der Büroreinigung oder Unterhaltsreinigung, Winterdienst oder Gartenlandschaftspflege bis hin zu sämtlichen Handwerkertätigkeiten wie Rodungsarbeiten oder außergewöhnliche Arbeiten. Zudem sind wir spezialisiert auf die Instandhaltung von Immobilien und Grundstücken. Fragen Sie einfach nach und lassen Sie sich individuell von unseren kompetenten Mitarbeitern beraten.